Hier, da ist er. Hallöchen! Wisst ihr ja, was sind das für geile Felgen? Die will ich auch haben. Hammer, oder? Auf 66 bin ich. Auf 64 bekommst du die. Ich bin auf 45. Ja, okay, du suchtest ganz schön. Ich trainiere auch wie ein Irrer. Ja, also die Felgen, ich glaube, die habe ich auch und die, also ich habe auch den Fokus auf diese Felgen. Max, ich will die auch haben. Sie sehen auch richtig Bombe raus. Ja, muss ich sagen, ich fiele die auch. Dann würde ich sagen, damit wir leveln, wir gehen noch direkt in 2 vs. 2 rein, oder was sagst du? Auf jeden Fall, da bin ich voll dabei. Okay, dann mache ich das, kommt tief. Ich gehe jetzt kalt rein. Konntest du denn schon was üben oder gehst du auch kalt rein? Ich bin auf Stufe 66. Natürlich habe ich geübt, wie ein Irrer vorher. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Stufen gemacht in der kurzen Zeit, wo ich gewartet habe. Okay, okay. Dann erwarte ich jetzt aber auf Großes von dir. Oh, bitte nicht. Das drängt mich nur wieder zurück. Aber ich konnte von meinem Abo-Zocken tatsächlich auch einiges Neues lernen. Zum Beispiel, du kannst jetzt links direkt zum Boost-Rennen. Achso, ja, ich weiß, ich weiß, das machen welche. Ich bin da noch so ein bisschen... Ah, schön. Ah, Mist. Oh, nein. Nein! Aber ich... Zu langsam. Ich fall mal zurück. Ja, ich bin schon im Porn. Nein! Was war das jetzt? Ich glaube, jetzt waren wir beide gierig nach dem Ball. Ja, der war doch zu hoch. Ja. Beide aber, ey, synchron. Das war synchron. Okay, davon muss ich einen Short machen. Unbedingt. Oh! Alles klar. Beide haben das gemacht. Deswegen habe ich die Chance direkt genutzt. Bist du etwa schon warm gelaufen? Und jetzt muss ich gefahren. Ja, direkt eine Rache hier. Sehr gut. Ah, sehr schön. Ich muss dir gar nicht mehr sagen, dass der linke direkt zum Ball geht. Wie gesagt, ich habe viel geübt. Hast du auf jeden Fall viel. Jaja. Das merkt man sofort. Oh, Käse. Sehr gut. Erstmal weg zum Ball. Ich glaube, ich habe dich eher irritiert. Ich war auf dem Ball fixiert. Alles gut. Ich bin von Natur aus irritiert. Da kann man mich nicht mehr viel irritieren. Ich weiß bloß jetzt nicht. Der hat mich nicht auf. Ah, Mist. Da war ich zu langsam. Ich muss wieder zurück. War der ein Eigentor? Nee, schade. Der ist jetzt gut gekommen. Ich versuchte die ganze Zeit abzupacken. Merkt man. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Oh nein. Okay, dann bleibe ich jetzt hinten. Aber die sind nicht im Team. Nein. Die stehen sich auch selber im Weg. Oh nein, der kommt. Der war ein böser Abfaller. Und der macht den. Der kamer angeflogen. Mist. Ja, der war easy reinzumachen. Egal, wir haben noch drei Minuten. Und du weißt ja selber, Delta. Das ist mehr als genug. Easy. Nein, ja. Oh, macht der schon wieder dasselbe. Sehr gut. Also ich mach direkt den Ausgleich. Ja, perfekt. Ein doppelter Abpraller. Unhaltbar. Ich geh. Jetzt kannst du. Ja, perfekt. Bleiben beide nicht an. Also ich weiß nicht, ob ich das nicht weiß. Nee, die haben beide... Crazy. Einen auf Torwart gemacht. Was macht denn? Die... Ich weiß es ja nicht gesagt nicht. Jetzt hat der Kollege den selber den Ball weggenommen. Den hab ich nicht mehr gekriegt. Schade. Ich hab sogar so viel trainiert, dass ich mittlerweile rückwärts fahre ohne Ende. Nein. Ich hab den getroffen statt dem Ball. In einem Video von dir. Nein. Ja, schade. Egal. Du machst jetzt den Ausgleich. Alles gut. So, jetzt hab ich Erfolgsdruck. Ja, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber mach das vor. Doch. Ja. Ah, scheiße. Nee, du musst zum Ball. Mist. Ah, okay. Wir greifen gar nicht an. War das? Der eine ist AFK. Alles klar. Wohl keine Lust mehr. Nee, ist wieder da. Schade, dass wir das nicht nutzen konnten. Und rein. Perfekt. Was? Doch. Jetzt macht er den rein. Äh? Gut. Egal, Hauptsache der ist drin. Ist der bei dem? Jawoll. So eine Situation hatte ich tatsächlich auch schon in einem meiner Videos gehabt. Ah, ich wollte den auch von der Seite an mir reinkriegen. Schade. Ich komme zurück. Was spielen die beiden? Gute Frage. Aber kann sein, dass ein paar schwächere Gegner reinkommen, da ich jetzt nur noch Silber 3 bin. Oh. So dumm. Gott sei Dank. Jep. Ich bin bestraft. Oh nein. Schön. Schön, schön. Ich bring ihn rein. Ich mach schon. Oh. Schade. Ah, ich f***ing die Wand. Da war die Map zu Ende. Die böse Map. Ja, in der Fahrrad-Kabine heißt es gerade, paar Kopfschmerzen. Okay, jetzt irgendwie wegkriegen. Das ist aber ein komisches Switch. Irgendwie schon, ja. Und tschüss, Parade. Perfekt. Brauche ich tatsächlich noch für ein paar Missionen von mir. Ja, wir sind halt irgendwie eins geworden mittlerweile. Und wieder eine Glanzparade sogar. Versuch, den reinzumachen oder reinzubringen. Yes. Er macht den selber rein. Ja, perfekt. Dann passt. Dann passt mir halt nicht. Ist okay. Messi. Ne, sehr schön. Stark. Also 19 Sekunden. Komm, erste Match. Direkt ein Win. Sehr perfekt, ja. Ah, ich hab den gefailt. Ich wollte mich eigentlich drehen. Wollte er aber nicht so. Ne, der hat er. Ich fall zurück. Bin im Tor. Hab ihn weg. Und. Ja. Ah, Mist. Fast. Erster Sieg. Wunderbar. Tut mir leid, ich muss ja ein paar Mal jubeln. Erste Runde, erster Sieg. Das ist okay, das war ja nochmal, genau. Und nebenbei, Freunde. Du sollst nicht jubeln. Sorry, du sollst nicht jubeln, wenn du, glaube ich, 4-0 gewonnen hast und die Gegner bleiben drin, also sehr hoch gewonnen hast und die Gegner bleiben drin, dann aus Respekt soll man nicht jubeln. Ah, okay. Das heißt, im normalen knappen Sieg darfst du jubeln, genau. Ich bin wieder Gold 1. Ben is back. So, nebenbei, Freunde. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Channels vorbeischauen. Wir beide haben Discord, falls ihr mal mitspielen wollt. Also zumindest ich mache im Moment auch Abo-Zocken, könnt ihr gerne mal reinschneiden. Und natürlich Däumchen hoch für unsere Videos. Jetzt stimme ich zu. Genau. Ihr könnt gerne bei uns joinen. Ich habe einen Discord-Kanal, Erd, einen Discord-Kanal und wir sind beide verknüpft. Also, ihr findet uns beide auf den jeweiligen Discord-Kanal. Findet ihr den einen, findet ihr auch den anderen. Wie ein Pickel am Arsch. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, nein, alles gut. Mist, ich kam nicht mehr dran. Da wollten die Knochen nicht mehr so. Weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Wir müssen mal gucken. Ich glaube, wenn wir eine Aufnahme machen, dass du ein bisschen versetzt bist mit deiner Stimme. Dass du mich später hörst. Weil manchmal quatschen wir gleichzeitig. Echt? Ja. Das ist mir schon aufgefallen. Müssen wir mal gucken im Nachgang mal. Boah. Weil manchmal falle ich dir ins Wort, obwohl ich dir gar nicht ins Wort fallen will. Sehr gut. Ja. War gut. Ne, ich hätte ihn eh nicht gekriegt. Okay, du bist kaputt. Ich gehe zurück. Der kommt direkt auf dich zu. Nein, ich bin auch wieder da mal im Gespräch. Ah. Egal, 2-0. Das heißt noch nichts hier. Vor allem noch nicht mal eine Minute. Okay, jetzt erstmal höchste Konzentration. Das müssen wir jetzt einholen. Genau. Wie bist du? Ja, ich gehe zum Ball. Ja. Oh, das wäre so ein schöner Pass gewesen. Ich war leider nicht gut positioniert. Das passiert mir ständig. Also, ich weiß, wovon du redest. Und eine Vorlage bekommen. Guck mal, wie ich angeflogen komme. Wee. Aber merkt schon, du bist deutlich besser geworden. Ich... Du musst. Nein. 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 Ja, 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 ja. Huhuhu. Komm, geh rein. Millimeter. Nein. Er saft dich. Der hat den echt noch gekriegt. Oh Mist. Jetzt habe ich dich weggekickt. Sorry. Dann bringen wir ihn rauskriegt. Dann bringen wir ihn rauskriegt. Der hat den echt rausgekriegt. Ich fass es nicht. Den hat der wirklich, muss ich zugeben, sehr stark rausgeholt. Ach, der war schon quasi drin. Muss ich ihn loben. Und drin. Ja, egal. Muss man ihn loben, hat der stark rausgeholt. Leider. Ah Mist. Ich steh blöd. Sehr gut. Aber den hat der auch. Naja, leider kommt der wieder. Ich muss mir jetzt erstmal einen Boost holen. Oh, der ist jetzt komplett böse. Jetzt bin ich völlig... Komm böse, komm böse, komm böse. Kann ich jetzt so ihn reinzubringen? Nein. Na, die wissen aber auch was zu tun. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ah. Ich will keinen Kontakt passieren. Ich auch nicht. Oh nein. Den musst du holen. Sehr schön. Ich versuche zu passen. Nochmal. Oh, das war gut. Nur falsche Richtung. Alter, das war ein geiler Doppelpass. Nur leider falsch. Auf jeden Fall. Warte hier, mach ihn rein. Nein, der hat den. Oh nein. Nein, wir passieren. Nein. Ja. Boah. Ich schwitze. Man sieht es nicht. Aber tatsächlich, ich schwitze. Man hört's am Controller. Ist matschig. Nein, da leben wir alle. Schon wieder. Fuck. Schnell. Aber ey, geil, wie wir jetzt Pässe machen für mittlerweile so. Es klappt immer besser. Nur. Ah nein, du hast mich schon bald weggegeben. Ich hab mich geschubst. Sehr schön. Sehr schön. Noch eins müssen wir machen. Oh, das ist aber auch ein Krampf. Ja. Oh. Ich hab so Schweißhände. Ja. 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 Ich hab mir gleich der Controller aus der Hand flutscht. Ja. 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 Süßlink altitude. Ja. Nein, ich hab den gefällt. jetzt hat er mich auch zerstört ja die wollen gewinnen da plädieren die jetzt voll drauf oh shit der kommt zu hoch so schnell konnte ich nicht reagieren da würde ich am liebsten was schreiben aber ich lasse mich jetzt nicht auf das niveau herab ja das mit dem zerstören ist jetzt echt schon assi ich gehe rechts schon mit dem boost jetzt sind die wahrscheinlich noch stolz auf die leistung auf jeden fall sind die da stolz drauf noch eins macht ihr nicht tut mir leid okay schade aber ich muss sagen wir haben verdammt gut gespielt aber guck mal die tanzen nicht respekt haben sie ja trotzdem die haben stark gespielt respekt haben sie aber trotzdem nicht cool gewesen von denen wir waren aber auch nicht schlecht ich fühle ich nicht allein unser unser doppelpass war richtig geil ja das nächste mal versuche ich dann in die andere richtung jetzt habe ich wieder nicht geguckt welchen rang ich glaube ich bin gold gold ja gold 2 wo bist du du bist da alles klar ich hole mir dann den boost und go ja schon mal vorbei gemacht ah schade er hat aufgepasst jetzt mach ich wieder nur Mist tut mir leid das war tatsächlich absicht und mach ihn nein nein delta warum jetzt nein warum nein und die schießt daneben ja das nächste mal machen wir das tor größer für mich da für mich auch ein bisschen alles klar du hast es langsam ein bisschen aus hier habe ich gesehen links an leicht zu in die mitte und jawoll das muss ich sehen das war so genial ab in die mitte du kommst bam rein perfekt das muss respekt sein du wirst wirklich stärker aha haben wir noch lust auf ein duell mit mir das kommt noch aber und der geht perfekt klasse tor aus dem tor schön von der entfernung dass die so aufgeteilt waren als sie gut ausgenutzt ähm ich geh ich geh ach so ok ah ne jetzt scheiße jetzt müssen wir beide jetzt oh je oh je oh je ich geh das jetzt nicht in die Hose oh der kommt böse der Abballer ja ja nein der hat mich irritiert nein zu hoch Mist ah sehr gut und du machst ihn 3-0 genial ich bin wieder nicht nur ich muss wenn wir zusammenspielen muss ich auch mal langsam dazu kommen ein paar Tore zu schießen bisher biete ich dir gerade nur Vorlagen der kommt durch das Team macht das also deine Vorlage hier war mega geil na jetzt habe ich nicht gut getroffen ich bin hinten alles gut nein ich wollte ihn so schön reinmachen ah sorry das war gar nicht mein Ziel sorry 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 ah jetzt wollte ich jetzt dass ich leider ungedreht durch mit Wust kam Mitte ah ich konnte ihn halten rückwärts nochmal rückwärts ich bring ihn rein ne die blocken ich fall kurz zurück mein Gott auf den Überblick war mir gerade ein bisschen zu heikel ja die müssten eigentlich bei 3-0 langsam ein bisschen aggressiver spielen Ball kommt er macht ihn rein oh oh ja jetzt aber okay ja die klopp die sollten aber nicht zu aggressiv sein da wir aggressiv spielen und ich hatte zwei Gedanken in einen Gedanken das war nicht gut okay manchmal mache ich so geile Aktionen und jetzt spiele ich wieder wie so ein Noob Ball das passiert manchmal eins gegen eins da kann ich nichts dafür ah ah ok ja ich habe jetzt nicht drauf geachtet wo du warst ich bin die ganze Zeit voll auf den Ball gefokust und verobachte das Geschehene von hinten ja der Ball kommt und die Masse die Masse die Masse ne schade der war früher am Ball als ich der kommt wir werden übermütig ja der hat den abgefälscht deshalb bist du nicht dran gekommen nein 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 das machen wir beide ja extra wir wollen die Spannung steigern natürlich an die Zuschauer wir machen das alles gerade extra wir machen jetzt das 4 zu 3 alles gut du gehst jetzt zum Ball ich gebe dir einen perfekten Schuss Sack siehst du so läuft das schade nicht ganz was oh der war eigentlich gut ich habe keinen Boost ich kann oh nein er fliegt daneben hätte ich das gewusst und wäre ich weiterhin zum Ball gegangen alles gut aber auch keinen Boost das macht er was warum musst du keinen Boost die verwirren mich Mist oh er fällt ja der Ball ist frei ja ich habe ihn jetzt erstmal ah den kriegst du nicht der geht nicht oh was machst du oh ich habe Parade Gott sei Dank jetzt kommt wieder unsere beliebte Situation gleich und zwar die Verlängerung ey das versuchen wir noch zu verhindern nein ich kam nicht dran aber ich habe ihn aus Versehen zerstört oh nein ich bin runter ist nur kein Tor kassieren ne ne alles gut schieß ihm vor der geht rein der geht rein der geht rein der geht rein klasse das war genial das war richtig genial und wie der hinter der Linie aufkommt Wahnsinn sofort gewonnen Glück ich spring nicht weil die haben einen starken Comeback gemacht die haben wirklich ein gutes Comeback gehabt wer hat der Ball vor der Linie gewesen wer Verlängerung sofort ja genau deshalb bloß gut dass wir das gewonnen haben ich glaube das war auch schon die dritte Runde jetzt ist aber noch ein Match klar gerne komm ja willst du noch ein Match machen oder auf jeden Fall ich bin da so gerade drin also ich muss sagen besser geworden bin ich auf jeden Fall ne auf jeden Fall die waren Gold 1 Gold 2 genau wie wir auch also das soll jetzt nicht herablassen klingen aber okay die waren jetzt nicht so stark fand ich ja vielleicht liegt es auch einfach bloß am Teamplay gerade dass ihr das so vorkommt da ich kein Klotz mehr am Bein bin ja der kam gefährlich genau wie der ja der kam wieder gefährlich und der macht den ne aber der hab ich gut wegbekommen den hab ich gekriegt ich hab ihn nicht ganz getroffen versuchen ihn reinzubringen kommt nicht ich versuche ihn jetzt leider nicht gut Mist ich hab keinen Boost mehr ich werd zerstört nein das ist ja schön der wollte zu viel spielen oh ne jetzt sind die voll auf Zerstörung aus hier die ganze Zeit und 1 zu 0 das verdienen die Haffen so sehr das war jetzt so Karma ja die sich scheiß zerstören jedes Mal sehr gut du hast ihn mit ins Tor gedrückt ich geh zum Boost ich glaub der hat mich auch zerstört genau irritier mal oh sehr gut gemacht muss ich jetzt ehrlich sagen nein oh Parade sehr gut sehr gut ich hab gar nicht gesehen wie ich ihn berührt hab bin ich jetzt ehrlich ich hab echt nicht gesehen wie ich den Ball berührt hab nein ich krieg den nicht mehr ich war jetzt voll verwirrt Mist ich war etwas neben der Spur muss ich sagen der ist aber auch ein Turniersieger ne ja gefühlt ist das hier irgendwie jeder ja hab ich auch so das Gefühl steht eigentlich bei jedem Namen Turniersieger nur bei uns nicht komisch ich hab noch nie ein Turnier hier gemacht jetzt mach ihn mach ihn nein nein nee nee musst du zurückziehen ich hab den zurückgekickt bin ich doof boah aber wie jawohl mach ihn nein Parade nein die machen den Konter nein sehr schön nix mit mir hier ich muss einen Boost holen Glanzparade aber den Nachschuss krieg ich nicht ja schade aber wir halten uns gut leider genau ja ja ich bring ihn rein nein oder auch nicht ich hasse das wenn das passiert oder auch jetzt nein ich bring ihn rein jetzt mach mal Druck komm zu dir der kommt gefährlich yes Ausgleich perfekt war ein gutes Tor wir haben jetzt richtig Druck gemacht ja das ist auch zu viel für die so aber den Druck machen wir direkt weiter auf jeden Fall wir bleiben am Ball jetzt sind die nervös ich höre es ich gehe ihm bis vor perfekt er sucht die zu nerven kommt in die Mitte pass auf jawohl fahr den Konter ja jawohl du bist es jung dass ich solche Duelle mittlerweile meistern kann wow das nutze ich dann auch total aus ich gehe er kommt nice nein nein oh ich habe den gar nicht gesehen genau machen wir ach sehr schön oh ich kann mit Silver nicht dran der kommt genau sehr gut ich muss mir ein wenig Boost einholen der macht scheiße ja ja dann mache ich den ja schön sehr gut ja ja der war gut war knapp so du gehst jetzt gehe ich ich mache ihn mit einer Flug Einladung guck dir das an guck mal ich wollte reinfliegen bäm zählt nicht wenn du ins Tor fällst ach die haben aufgegeben schade es hat gerade so Spaß gemacht und das hat wirklich gerade echt Spaß gemacht boah wir haben zwei Siege hintereinander geholt der Wahnsinn ich bin jetzt wieder auf Gold 1 Liga 3 Wahnsinn so dann würde ich sagen wir verabschieden uns von der Folge auf jeden Fall eine geile geile Runde auf jeden Fall das drei gewonnen ist eine starke Leistung und ich muss wirklich sagen wir haben schon oft drei Mentors gewonnen aber das Zusammenspiel mit ihr das funktioniert immer geiler wie gesagt ich trainiere wie ein Irrer ja habe ich sofort gemerkt auch wo du da angefangen hast schon teilweise zu fliegen wo ich dachte jetzt will er das wissen das habe ich im Übrigen aus meinem Abo zocken gelernt ja habe ich gesehen man merkt auf jeden Fall eine Steigerung also ich freue mich wenn ich wieder gegen dich antreten kann das wird diesmal aber nicht so einfach ja ich merke es schon ich bin nicht heiß jetzt darauf geworden okay alles klar Leute wir verabschieden uns genau wir haben wirklich diese Verzögerung drin wenn man merkt das müssen wir im Nachgang mal drüber sprechen alles gut Leute wir schalten jetzt ab wir sind raus wir sind raus und vergesst nicht unsere Kanäle zu abonnieren und die Däumchen nach oben zu lassen ciao ciao genau ciao